Wie lebt sich das mit diesem Damoklesschwert, was da immer ist? Mein Gott, ein Spiel noch vielleicht oder zwei? Ja, ich glaube, das ist ein Berufssimmanent. Damit beschäftige ich mich aber gar nicht, weil es niemandem hilft. Ich kann es nicht mehr erklären. Ich komme mir langsam wie ein Depp vor. Wir stehen jede Woche nach dem Spiel hier, erzählen immer dasselbe. Habe ich selber noch nie erlebt. 13 Spiele ohne Sieg ist natürlich enorm bitter. Die Zeiten sind, es wird natürlich jetzt sehr, sehr unruhig werden. Da müssen wir mit rechnen, mit umgehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht ist es besser, einfach mal die Klappe zu halten und die Woche durchzuarbeiten und gucken, dass man wieder mal ein Spiel gewinnt.